Hallo zusammen, hier ist es wieder heute Abend, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte euch heute wieder so einen kleinen Rufgeil präsentieren. Heute geht es um eine neue Fraktion aus Patch 10.2 und zwar ist das die Fraktion aus dem Plunderstorm, das ist die Fashaxen-Besatzung. Und da will ich euch mal zeigen, wie wir da am effizientesten den Plunder farmen können, beziehungsweise dann auch den Ruf. Und als allererstes sind wir hier einmal in WoW schon eingeloggt, also im Retail und dort können wir uns die Fraktion bei einem NPC angucken. Wir sind nämlich einmal im Gasthaus in Baldracken und dort haben wir hinten im Eck jetzt diesen Org Hocken und der hat uns einmal hier die Übersicht von der Fraktion. Da gibt es hier alle möglichen Sachen von T-Mog bis Mounds und auch ein paar Pets, beziehungsweise ich glaube auch ein Toy und einen Titel gibt es da, also alles mögliche. Das habe ich euch aber schon in einem anderen Video ausführlicher gezeigt. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie ihr möglichst schnell das Hof farmen könnt. Ich bin mittlerweile schon auf 40 angelangt und habe so ein paar Erfahrungswerte gesammelt. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt einmal rein. Das erste, was ihr wissen solltet, ist, wie wir das Spiel spielen können und zwar haben wir jetzt oben einmal Dragonflight und Plunderstorm. Das Ganze ist aktuell ein zeitlich begrenztes Event, geht sechs Wochen und endet quasi mit der vierten Season von Dragonflight. Also bis dahin solltet ihr das durchziehen und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns anzumelden und zwar wenn dann im Solo- oder im Do-Modus. Hier ist es so, dass ihr auch den Do-Modus random machen könnt oder mit einem anderen Spieler von eurer Friendlist, was ich aber empfehle. Und jetzt ist es so, um die Ruhmstufen zu erhöhen, braucht ihr immer pro Ruhmstufe 2500 von dem Plunder. Und das seht ihr auch hier oben, wenn ihr die 100k zusammen habt, dann seid ihr quasi auf Stufe 40 oder sogar so ein bisschen drunter. Keine Ahnung, die Anzeige ist glaube ich nicht 100% korrekt, aber zumindest halbwegs. Den Ruf könnt ihr dadurch generieren, dass ihr in diesem Battle-Royale-Modus, was dieser Plunderstorm ja ist, quasi Gold sammelt. Dieses Gold wird jede Runde quasi generiert, indem ihr Mobs umhaut, dann das Gold lootet, indem ihr Kisten aufmacht. Ihr könnt auch andere Spieler töten und das Gold aussammeln. Alle diese Sachen bringen Gold. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal quasi den Solo-Modus oder einmal den Duo-Modus. Ich kann euch für beide Möglichkeiten eine effiziente Möglichkeit zeigen. Wir machen jetzt erstmal den Solo-Modus. Und hier können wir uns jetzt quasi anmelden. Ihr müsst vorher nicht euren Schar irgendwie anpassen. Euren Namen könnt ihr auch nicht auswählen. Ihr heißt einfach so wie euer Battle-Net. Halt ohne die Zahlen. Ich heiße hier quasi einfach Taylor. Und am Anfang habt ihr ja noch eine Auswahl quasi eures Charakters, wo ihr dementsprechend die Rasse ändern könnt. Und auch das Aussehen. Klassen und so gibt es nicht, weil wir haben ja hier vorgefertigte Fähigkeiten. Und sobald wir hier reinkommen, müssen wir warten, bis insgesamt dann 60 Leute voll sind. Und ich würde sagen, das skippen wir jetzt. Und ich zeige euch gleich mal, wie am besten im Solo-Queue die Gold-Regeneration ist. So, jetzt seht ihr, da haben wir genug Leute. Beziehungsweise anscheinend reichen auch schon 59 von 60. Und dann geht hier der Timer los und das Ding startet. Es ist jetzt so, dass ihr einmal pro Tag einen Dublon-Bonus bekommt. Und das sind 800. Diese 800 bekommt ihr, wenn ihr die Quest, die ihr quasi in jedem Event kriegt, einmal abgeschlossen habt. Und die Quest bringt immer 250. Wir wollen jetzt schauen, dass wir möglichst auf einem Elite-Mob landen. Nach einer Weile habt ihr raus, wo die Elite-Mobs sind. Also wir können das ein bisschen steuern. Ich fliege jetzt direkt hier auf den ersten Elite drauf. Und ihr seht, er stirbt instant. Lootet direkt die Sachen. Und meine Quest ist jetzt die beste, die es gibt. Gold looten. Seht ihr? Ich habe das Gold gelootet. Quest abgeschlossen. Für die Quest gibt es 250 und für die quasi Daily gibt es 800. Also ich habe jetzt innerhalb von 20, 30 Sekunden habe ich jetzt 1000 bekommen. Und jetzt schaue ich, dass ich mich schnell umbringe. Ich sterbe jetzt. Und jetzt kriege ich 1088 Ruf, habe ich jetzt verdient. In wirklich unter einer Minute. Das ist das Effizienteste, was ihr machen könnt. Jetzt lieft ihr, queued neu rein und macht dasselbe nochmal. Das Längste ist halt, bis ihr reinkommt, bis das Game losgeht. Aber viel Spender könnt ihr nicht Ruf haben. Ihr kriegt natürlich nicht jedes Mal die 1000 irgendwas. Sondern dann halt 250 plus das, was ihr halt aufgesammelt habt. Es gibt hier verschiedene Quests. Ich habe jetzt gerade die beste Quest gekriegt. Das ist jetzt der ideale Modus, um das vorzustellen. Ich muss einfach nur 30 Gold looten. Heißt, durch ein paar Haufen laufen, die liegen da, fertig. Es gibt eine Quest, da müsst ihr 10 Mobs töten. Die habt ihr auch schnell erledigt. Es gibt eine Quest, da müsst ihr 2 Elite-Mobs töten. Ihr landet am besten, wie ich es gerade gemacht habe, immer auf einem Elite-Mob. Dann habt ihr schon mal einen, läuft zum nächsten, killt ihn und auch wieder raus ist der Nummer. Dann gibt es, da müsst ihr 3 quasi Fähigkeiten looten. Fähigkeiten sind quasi Offensive und Unterstützung. Der Elite droppt auch immer eine und dann haut er noch ein paar Mobs um. Am besten noch eine andere Elite, kriegt er meistens die Fähigkeiten auch schnell zusammen. Und was dann das beschissenste ist, ist quasi 2 Gegenstände looten. Und wenn ihr dann nicht einen Haufen Kisten rumliegen habt, könnt ihr eigentlich instant liefen. Also da könnt ihr dann einfach rausgehen und ein neues Game machen. Ich bin auch schon über 10 Minuten rumgelaufen, habe 2 Gegenstände gesucht. Also wir können jetzt gucken, was ich jetzt für eine Quest kriege. Ah, ich habe wieder Beute sammeln. Perfekt. Bin schon wieder fertig. Seht ihr? Da habe ich 250, jetzt kann ich mich wieder einfach umbringen und wieder neu rein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt hier Goldkisten rumliegen habt, die nehmt ihr natürlich noch mit. So eine Goldkiste, ne? Also die kämpfen jetzt gegeneinander. Können wir so eine Goldkiste theoretisch noch mitnehmen. Da kommt nämlich noch einiges raus. Die sammeln wir natürlich noch ein, die Sachen. Jetzt haben wir 300 oder so. Und dann könnt ihr euch... Oh, da steht mal da hinten, liegt auch noch was. Dann könnt ihr euch wieder umnatzen lassen. Ihr könnt natürlich auch das Game zu Ende spielen. Im Solo-Queue finde ich es aber persönlich besser, das so zu machen. Dann hat man in der Stunde effizienter Gold gefarmt, als wenn man es komplett fertig spielt. Weil gegen Ende gibt es nicht mehr sonderlich viel. Also das ist so die effizienteste Möglichkeit, um quasi im Solo-Queue das Gold zu farmen. Im Duo-Queue kann ich euch empfehlen, jemanden, den ihr habt, von eurer Battle.net-Liste einzuladen. Und mit dem auch ins Voice zu gehen. Und da wird es jetzt auch interessant, das komplett fertig zu spielen. Die Taktik, die ich euch empfehlen würde im Duo, ist, möglichst irgendwo am Rand zu landen, wo keine anderen Spieler sind. Da kann ich empfehlen, wir gehen jetzt einfach mal rein, dass ich euch ein bisschen die Map zeigen kann. Vielleicht macht es Sinn. Denn ihr wollt am Anfang möglichst nur PvE in Heist. Ihr haut nur Mobs um und wollt nicht gegen andere Spieler kämpfen. Ihr wollt möglichst schnell nach oben leveln, möglichst viele Mobs quasi looten. Das Wichtige ist, in der Duo-Queue ist es so, dass ihr mit einem anderen Spieler zusammenspielt. Und das Gold und dementsprechend auch den Ruf, den ihr bekommt, geteilt wird. Heißt, wenn jemand anderer Gold aufsammelt, kriegt ihr das auch dazu auf euer Konto. Außer wenn ihr tot seid, sobald ihr tot seid. Ihr könnt zwar gerätzt werden, aber solange ihr tot seid und nicht gerätzt seid, was der andere Spieler aufsammelt, das kriegt er nicht. Aber solange ihr beide lebt, könnt ihr auch auseinanderlaufen und quasi beide looten. Und ihr kriegt auch die EP vom jeweils anderen. Heißt, ihr kriegt quasi im Duo-Queue das Doppelte an Loot. Deswegen ist es wesentlich sinniger, das zu farmen, solange ihr jemanden habt. Und das Game auch fertig zu spielen, denn da laufen natürlich dann auch ein Haufen andere Leute um, die ihr umklopfen könnt und da könnt ihr richtig viel Gold kriegen. Also ich zeige euch jetzt mal kurz die Map. Was ich empfehlen kann, wo ich ganz gern anfange, ist wenn dann hier in der Burg Sturmgart, das läuft relativ gut, hier in der Bucht kann man auch anfangen, da außen im Axtlager, bei den Ogern, ja, hier, weil die meisten sind immer in der Mitte, ja. Oder was auch eine ziemlich gute Sache ist im Duo-Queue, ist hier in der Goldmine. Denn da sind immer relativ viele Goldkisten, ja. Also da kriegt man am Anfang so viel Gold rein und dementsprechend auch EP. Also das kann sich auch ziemlich gut lohnen, genau. Und wie gesagt, am besten mit eurem Mate an einem äußeren Spot landen, teilt euch ein bisschen auf, also haltet ein bisschen Ausschau, sind da andere Spieler und wenn keine anderen Spieler sind, nicht zu zweit auf dieselben Mobs raufhauen, sondern teilt euch auf, sonst habt ihr die doppelten Laufwege und ihr killt die Mobs auch nicht viel schneller, wenn ihr beide dran seid. Also ihr seid wesentlich effizienter, wenn ihr euch aufteilt. Ihr sollt euch halt nicht aufteilen, wenn andere Spieler da sind, weil sonst klopfen euch die Einzelnen weg, das ist klar, ne. Und ja, dann könnt ihr relativ schnell hochleveln. Und wenn ihr quasi hoch genug vom Level sein und die richtigen Fähigkeiten habt, dann jagt andere Spieler und lootet die auch. Da kommt nämlich extremst viel Loot raus. Ähm, warte mal, wir können jetzt hier rausgehen, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht spielen. Und ich hänge euch auch eine Aufnahme ran, wo ich das mit einem aus dem Stream hier fertig gespielt habe. Zum Beispiel hier, wir haben hier eine Runde gewonnen, ne. Und seht ihr, wir haben in einer Runde fast 4000 Ruf erspielt, ja. Also wenn ihr das richtig macht, könnt ihr extrem viel Ruf holen. Ich würde jetzt mal sagen, die Runde hat vielleicht eine Viertelstunde oder ein bisschen länger gedauert, ja. Man kriegt nicht jedes Mal so viel, aber knappe 3K gibt es eigentlich immer, wenn man gewinnt. Es gibt nämlich noch einen Rufbonus von 500, wenn ihr gewinnt. Also selbst wenn ihr jetzt auch Dritter oder Vierter werdet, habt ihr immer noch 2500 oder sowas, ja. Also da kommt viel rum. Wenn ihr natürlich gleich am Anfang abnibbelt, klar, dann gibt es natürlich nicht so viel. Aber solange ihr halbwegs, äh, quasi bis zum Ende hochkommt. Also wir haben, glaube ich, in der Runde allein schon mal über 2000 Gold, äh, oder, ja, so um die 2000 Gold gefarmt, bevor wir gegen andere Spieler gekämpft haben, ja. Also, und dann natürlich das Gold von anderen Spielern noch, den Win-Bonus. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Jetzt schaue ich gerade, ach doch, die Aufnahme ist, äh, 13 Minuten irgendwas lang. Heißt, also es hat sogar unter einer Viertelstunde gedauert, die Runde. Also da könnt ihr sehr, sehr viel Gold machen. Und ihr seht, in dem Match habe ich Gegenstände sammeln. Und das müsst ihr aber einzeln machen. Wenn euer Teammate das aufsammelt, dann zählt das irgendwie nett für euch. Ich habe nicht mal das Ziel, äh, gespielt hier und habe trotzdem fast 4K zusammen gehabt. Also, äh, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr effiziente Angelegenheit. Wenn ihr halt jemanden habt, mit dem ihr das zusammen machen könnt. Ihr könnt natürlich auch random machen, aber da hast du natürlich wenig bis keine Absprache. Das ist ein bisschen schwierig. Genau. Ähm, ich werde dem, ähm, die Tage auch noch ein Video erstellen, wie man am besten das Ding gewinnt. Wo ich dann so ein bisschen über die Fähigkeiten nochmal spreche. Äh, da könnt ihr vielleicht auch noch reinschauen. Wenn ihr da noch unsicher seid. Aber das sind jetzt so die zwei Möglichkeiten, wie man meines Erachtens am effizientesten den Ruf farmt. Einerseits Solo-Q halt die Quest spammen und dann raus. Oder Duo-Q das Ding komplett durchziehen, ne. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Ich hänge euch jetzt den einen Run noch mit hinten ran. Da bin ich auch mit ihm im Voice gewesen. Mit dem Noob-Talker, den kennt ihr vielleicht aus dem Stream. Und, ähm, da seht ihr einfach, wie wir es gespielt haben. Vielleicht bringt es euch ja noch einen Mehrwert. Äh, und könnt da vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Falls ihr noch mit den Fähigkeiten Probleme habt, da werde ich jetzt, wie gesagt, auch noch was zu aufnehmen und das ein bisschen erläutern. Könnt ihr gerne auch noch reinschalten. Gut, dann ist das von mir aus jetzt, äh, für hier verabschiede ich mich schon nochmal. Oder schon mal so rum. Und dann schaut ihr gerne noch in die Aufnahme rein. Juti, bis zum nächsten Mal. Euer Tillar. Ciao. Boah, direkt Feuersturm schmeckt. Boah, der ist natürlich nice. Ah, der hält sich gerne, oder? Ja. Schon, ja. Aber der hat es so geil mit dieser versenkenden Axt da, wenn du denn noch stunnen kannst damit. Oh, zwei Gegenstände sammeln, äh. Ja, das ist wieder die absolute Kack-Quest. Aber wenn wir gut gewinnen, dann ist eh Lachs. Muss ich mir dann halt mal angucken, was es da alles so gibt. Was geil ist, dass es eine an Papageienmaunt Drachen reiten hat. Echt? Okay. Habe ich das gar nicht ausprobiert. Mhm. Unten gibt's auch noch ein BGP. Na, ich hab eh nur eine Misspflicht. Dann sind die Apart-Fruhen aufeinander. Na. Halt, das nehmen wir noch mit. Ich muss jetzt alles aufeinanderziehen. Mit dem Vollsturm kannst du echt so viel weg erinnern, ne? Mhm. Mach du mal in dem Lager das Zeug. Ich sammle mal die einzelnen Goldhaufener auf. Mach hier ein paar kleine Dinos. Stärkste, was ich hab, ist mein, äh, Auto-Hit. Ja. Das ist so ein Sturm auch in Level 2, falls du den willst. Äh, ja, warte mal, ich schau mir mal das an. Ja. Ja, der ist gar nicht schlecht. Ich weiß immer nur nicht, wie die Sachen heißen. Ja. Guten Abend. Nachkenn wir mal rund auf den Bauernhof. Das sieht nicht so aus, als ob da jemand wär. Ganz elite leben noch. Die Kiste ist auch noch da Hey, ich hab doch die Bombe aufgesammelt Warum wird's immer noch kein Gegenstand So, weil die von mir war Ich glaub, das kannst du nicht einsammeln Ja, okay, I see Hauptsache, ich hab meine Quest fertig Naja, das ist das Wichtigste Das ganze Haus bebt Ah, ich hab wieder meinen Winstern Easy Win jetzt schon Wenn du die richtigen Abilities früh kriegst, dann macht das schon echt viel aus Ja Jetzt aber raus aus dem Sturm Hoffnet weg vom Sturm, der Sturm läuft weg von mir Achso So, wenn wir jetzt die beiden Elite noch haben, müsste man Level 8 sein, dann muss man ein recht gutes Level von Start Warte mal, hier ist glaub ich noch mal so ein Sturm, den du zu haben willst, oder? Yes Warte mal, räume ich jetzt hier noch kurz mein Haus auf Das Sturmding hab ich jetzt auf 4 Bei mir ist alles auf 1 und ich hab lauter Kacks an, aber Ja Ich hatte irgendwie nicht so das Glück Wobei dieses eine Elementar-Ding ist okay, find ich Da unten sind Level 5er Gegner Boah, das Schild big Ist das Schild gut? Ja, weil du kannst ja da nochmal drauf drücken, dann explodiert das so mit so einer Weih um sie rum Da hinten sind auch nochmal Gegner, Level 7 Der wischst du doch niemals, wann Da ist Hähchen safe erwischt, wenn irgendwie die Reichweite ein bisschen höher wär Frag ich Was ist da? Weiß, der hat mir so ein Sturmding gedroppt Oh, der hat meinen Mahler Sphäre dabei Und den Mili weg Und glaub grad auch andere Scheiß grad massiv rein, Hilfe Sind die tot? Ne, da Ne, da rennt er noch Ich hab Bisschen verehmt Hier hab ich ihn getroffen Ja, seit wann hast du das Feuer-Ding? Die ganze Zeit Achso, stimmt, du hast ja am Anfang gelootet Die scheiß wütende Hühner, die du da hinwerfen kannst Die haben einmal einfach mich geholt Das war meine Hühner Die greifen alles an, das ist mir auch schon aufgefallen Aber mit dem kriegst du EP Die haben komplett auf mich los Hm Also da unten ist nix mehr, da brauchen wir nicht hingehen Den Sturm hast du fertig, oder wie? Mit dem Stun? Ja, den hab ich auf vier, ja Hm, ich bin nur überlegen, ob ich Ich hab das Gefühl Der hat Level 7er, die fast tot sind Die meinen Loot aufsammeln, ich werde nicht mehr Pfff, ich sammle kurz den Loot weg Und oh, Gott alter bin ich kökke ich nehme die falle mit das bonusziel irgendwas wenn du den typ tötest da diesen opulenz ding weiß ich jetzt nicht aber er droppt halt so eine kiste bei den mann weg herum hat ging es jetzt nur so kurz gefühl dass diese heilung auch bei weiten besser heilt wenn du höheres level hast also prozentual ich glaubt es der führt mich hier zu lauter mobs hin wo ich sachen oder vier schild pick die sind ja alle ja sie mal gegenstände für deine quest übrigens habe den einen im sturm trennt wohl das war jetzt aber ganz schön knapp dass wir den noch geholt haben das war alles kalkuliert wenn wir im weiner f... alter da haben wir richtig absahnen können schnell heilen schau mal was wir da jetzt reingesahnt haben alter da im sturm liegt auch noch richtig viel stuff drin ja der sturm kommt lauf benutzt du not deinen aber ich wollte im sturm da liegt so viel gold drin aber ich kann nicht rein weil ich kein weil ich eh fast tot bin so eine scheiße das richtig damals richtig viel legen lassen ich renne glaube ein team ich muss mich noch einmal heilen also ich ne tarantl gut aber du hast eh genug nach der runde bist fertig ja ja dann bin ich eh fertig hätten wir jetzt mal früher schon anfangen sollen so sind wir ja wesentlich schneller da muss halt auch gut sein und gewinnen ja gut ich hab halt immer solo gemacht und dann halt ähm ne mich hingelegt nach der quest ja bis alles kommt nicht auf 4 die sind wegstoßen 4 wirkstum 4 füllt 4 feuerstum 4 naja mir fehlen die quasi wie heißen sie unterstützungsfähigkeiten dass die alle da hinten waren das ist ja immer noch ein relativ großer bereich ne ich konnte jetzt gar nicht gucken was jetzt da noch so ein loot war da hinten sind zwei teams da ja ich dann auch seitlich auch noch mal ein team die sind stufe 6 lass die mal wegatmen wo siehst du die denn da hinten okay oder da hinten wenn du meine sachen da irgendwie abfeuerwirbel ist da noch ja ich bin dann eh max aber wir können sie ja noch gewinnen oder why not ja oh mein gott hm ich lauf mal rechts rum geh du mal links rum dann kesseln wir sie ein ok ich glaube wir haben uns gegenseitig getroffen das schweiber da den haben wir erwischt den einen hab ich im cc nice rot den haben wir weggemacht schön reingewirbelt Konda kriegt noch ne kugel ah schade ich hol's gold nett dass es diespawnt mach du den mal ja der rollt grad in afrika nett dass das was will der denn sein mate ist eh tot gib dir dein gold ne überfall ganz oben ist er naja gut da ja das wird jetzt ein bisschen da bis wir da hinkommen da hinten sind dann noch da hinten sind zwei ein bisschen hoch im berg ich freue mich schon gleich auf jemals nadeln ja wenn du ne fehlengestall siehst oder ne stachlfalle dann sag das der typ hat ne fehlengestall dabei der wird sowas von weg gemacht hm lass ihn wieder einkesseln da hinten ist nur ein team sind jetzt noch vier also mir sind eins die da hinten sind eins er ist eins boah hör drauf weg zum rennmann ja der zieht uns ins andere team rein der andere sind in level 4 what da im bush sitzt er drin hab ihn nein jetzt rennt er mit der fehlengestall rum aber ich hab den anderen getroffen da oben also durch zufall ja so sauer der leuchtet jetzt in den wind rein oder so jetzt das war es jetzt mit dir freund komm den ich pack meine falle rein so jetzt kommst du nämlich nochmal weg ähm deswegen mach ich die falle ah die fehlengestall die nehm ich jetzt mit drei teams dann gleich heilen wenn keiner kommt so da hinten rennt noch ein achter team rum und dann glaub noch ein level vierer also eigentlich muss es easy win sein warum sind denn die alle so low also ich im einfach besser sind also ich einfach besser ah den schuss reden wir nicht ah siehste beide getroffen so der wird jetzt hier weg inhaliert wo ist er hin der kollege ah da oben ist er ja jetzt mach dein feuersturm an ok also einen hab ich schon mal erwischt ich glaube diesmal haben wir sogar noch mehr Punkte können wir auch das hochladen bis dann ja einfach die compilation und tot als kann ich nicht mehr mehr looten das waren jetzt fast vier oh 4200 wieder oh mein gott ich hab die quest nicht fertig gekriegt ich hab die dinger nicht gelootet ich hab nur 3.966 einfach eine win compilation aus allem hast du ja jetzt genug material kein ding wunderbar nur wieder gern jetzt einfach 5 stufen in ja so geht es halt mega schnell ne hm ich geh mal richtig weg genau vor tag was von level bist du ich hab ein bisschen besser hm 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 hm